Es ist der 31. März 2012. Wir haben Tag und Nacht gleiche. Wir segeln jetzt gerade von Bonadol Richtung Insel Poccolle. Hinter uns im Dunst verschwindet das Gapsizier, das berühmte, im Dunst. Dort hinten ist auch Toulon, der im Dunst verschwindet. Martin steuert Asana, sauber. Wir haben etwa eine Windstärke 3, es läuft zwischen 5,5 und 6, oder wie viel jetzt gerade Martin? 6,0. Super. Und Hansrudin macht Zwischenverplegung, weil er hat vorher die ganze Zeit gesteuert. Ganz feine Sachen haben wir da. Alles zum aussuchen. Mal schauen, was hat es da so feines auf dem Tisch? Ja, nochmal.